Ich bin Suleiman Ramadani, arbeite zur Zeit als IT-Software-Ingenieur und habe in der ACAD den Studiengang als Diplomierten Wirtschaftsinformatiker HF besucht. Ich habe mich vor dem Studium erkundigt, welche Schule es mir am besten erlaubt, Beruf und Studium unter einen Hut zu bringen. Und habe dann gesehen, dass die ACAD mit den Methoden und Techniken, die sie anwendet, eigentlich der beste Auswahl ist für mich. Die ACAD selber hat mich sehr gut durch das Studium geführt, sei es Dozenten wie auch die Studiengangsverantwortlichen. Und dementsprechend würde ich auch die ACAD auf jeden Fall weiterempfehlen. Auch aus ganz spezifischem Grund, weil die ACAD Dozierende hat, die selber aus der Praxis kommen und die im Unterricht sehr gute Informationen bringen und auch aktuelles Zeug, das gerade bei uns in der Wirtschaft passieren wird.